Mit dem Golden Lion Wine Award möchte man ein Zeichen setzen und man will mit dieser Trophy österreichische Schätze ausgraben, mit dem Ziel, die Winzer im Land zu fördern. Treffpunkt der Austrian Autokton White Wine Trophy, das Sporthotel Mölltal mit dem Ziel, die österreichischen Winzer zu fördern. Was wir mit mir heute gemacht haben, war eine Verkostung zum Thema typisch autoktone Rebsarten Österreichs. Autokton ist die Fachbezeichnung für Weine, was gebietstypisch sind, was wirklich in Österreich gekreuzt worden oder in Österreich wirklich wachsen und eigentlich einzigartig sind, ein Aussehen gestellt Österreichs. Und die wollten wir halt ein bisschen fördern und deswegen haben wir diese Verkostung ins Leben gerufen. Es ist ein Teil der Golden Lion Wine Awards. Wir haben da die Autokton Austrian White Wine Trophy. Wir machen jetzt nur speziell die Weißweinen. Verkostet wird ausschließlich von Fachkräften. Sommeliers aus Handel und Gastronomie. Hierbei ist das Ziel, eine neue Art der Verkostung zu präsentieren. Und so mit den Endverbrauchern, den Konsumenten, was der Weine schließlich kaufen soll, etwas in die Hand zu geben, um irgendwie zu zeigen, was der Wein kann, zum Kauf zu motivieren. Bei der Beurteilung gibt es klare Bewertungskriterien. Wir bewerten mit dem 20-Punkte-System. Es ist ein ganz klassisches, einfaches System, aus dem mir noch ein Endergebnis herausfällt und wo wir nachher die Lions vergeben, bis zu fünf Lions, ähnlich noch ein Sternensystem. Weiters Geschmack und Potenzial des Weines. Und wir haben natürlich auch die Nase und die Optik. Was ist als verfindbar? Es ist Frucht, es ist Kraft, es ist Stärke. Die Golden Lion Wine Awards und Chef Peter Ladinig wollen ein Zeichen setzen. Speziell mit den Autoktonen Trophys. Wir haben jetzt einen Weißwein, in August ist noch ein Rotwein. Da geht es darum, Österreich wieder zu fördern, die österreichischen alten Rebsorten. Wir haben zum Beispiel einen Neuburger, wo wir eine eigene Summlier-Erektion ist, vom österreichischen Summlierverband aus. Das ist eine Rebsorte, die es 1960 circa gekreuzt worden ist, aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Jetzt kommt sie immer mehr wieder, weil einfach der Trend danach gefragt ist, der Konsument fragt danach. Und mit dieser Trophie und mit den ganzen Awards wollen wir das Ganze wieder ein bisschen fördern. In den Winzern wird er etwas in der Hänge mit dem, was er dann sagen kann, okay, Leute, unsere Weine sind ausgezeichnet worden, weil sie gut sind. Die Kärntner Sommeliervereinigung wurde vor zwei Jahren von Peter Ladinig gegründet. Er ist Mitglied der österreichischen Sommeliervereinigung. Ich selbst bin in dieser Funktion auch mit dabei, also in meiner Funktion als Diplom-Sommelier und im IPA der Weinhandel im Außendienst tätig und nütze natürlich diese Plattform, um mich selbst weiterzubilden. In Zukunft sind weitere Projekte geplant, wie zum Beispiel bei den Golden Lion Wine Awards auf internationaler Ebene. Nachher ist noch ein eigener Aroma und Summer Wine, speziell jetzt im August noch an. Bei uns in Kärnten mit den ganzen Sänen, der Summer Wine natürlich sehr gefragt hat, das kommt auch noch, was einfach geht, diese jungen, spitzigen Weine. Peter Ladinig möchte auch noch seine Academy weiter ausbauen. Und ja, das reicht nachher noch einmal.